...und dann noch mal weiter gucken. Bis dahin haben wir gefahren. Und dann mal gucken. Der erste Schildplatz ist nicht gleich und sieht eh nicht aus. Ja, muss abgehen. Wir sind jetzt noch fast bei 1000 Bikes. Wenn ihr noch nicht gelangt habt, sind wir eigentlich nicht. Weil wir gar kein Überblick mehr haben. Bei 1000 Bikes hauen wir erstmal so ein Edit. Oder nicht besser. Oder so ein Edit von früher raus. Von Seatime. Von Flo auch, das noch keiner kennt. Seatime war für sich Park. Aber wir haben dann schon mal Ohr. Eins rauskürt. Nachher machen wir dann Pranklichkeit.